Hallo und herzlich Willkommen zu eurer neuen Runde FUNTTT FUNTTT? Ich bin der Take Ich bin die Kitty Ich bin der ältest Creeper Go, Viko Bei einem FUNTTT Ja schon, FUNTTT Er schießt mich mal nicht, ja Ja, aber ich warte bis du dich an... Dann zieh dich mal an Ja, meil doch grad, ich rauch nebenbei aber auch noch Ich will das bis zu Ende rauchen, also lass mich mal hier hinten knien Du schaust ja hin Hallo, Kitty hüpft mal Abisch Du musst auf mich zugeslidet Ja, ich... Ich fand das schön, weißt du, deswegen dachte ich mir sollst du auch dran teilhaben Achso Free Slider Oh, ich krieg keine gescheite Waffe Willst du meine? Was hast du? Ja, was wohl Du hast ne Duel Ja Ja, dann schmeiß deine Pistole weg Warte Danke, hab ich's jetzt? Ja Duel Du weißt gar nicht was du willst, da liegen noch welche Wo? Da Hä, wo lagen die denn? Die lagen genau da Oh cool Ich hab's aber auch grad erst gesehen Das ist geil, ja Ich hab auch ne Duel Äh, da geht's nicht weiter Äh Bei mir lagts Nein, warte mal, das ist das, wo der Traitor was machen kann, gell? Der Spiegel Was, der Stuhl? Ja, mit dem Spiegel kann er dich einspüren Okay Wenn er hinten dran im Traitorraum ist Bei dem Stuhl kann er auch irgendwas machen Welchen Stuhl? Der neben einem Spiegel ist ein Stuhl Oh, hab ich gar nicht gesehen Wer schießt denn da? Ich nicht Lüftungsschächter Achso Hallo Kitty Also, ich bin beim Stuhl Du bist beim Stuhl, ne? Ja Komm, Trater, zeig Zeig mir was du drauf hast Aktiviert Da ist der Stuhl drin Ja, hallo, da drin Da ist der Stuhl Grill mich Komm, Trater Grill mich Grill mich Wer ist Trater? Ich will das sehen Nee, ja, ich nicht Ich will das sehen Wahrscheinlich ist das selber Wahrscheinlich Nein Und da oben ist der Torhüterraum Wo oben? Hä? Der 1 weiter Da Da Hier Da ist ein Torhüterraum Ah ja, okay Da kannst du nicht rein Aha Detective kann die Tür aufmachen Mit dem Doorbuster Ja Ich spöre dich mal aus da Ja, dankeschön Hallo Teg Lange nicht gesehen Bin ich der Hab ich jetzt Ah, okay Ich hab mich getrennt Ja, du bist schuld, dass wir uns getrennt Getrennt haben Charles, bist du nicht mehr Hase? Nein Musst du dich bei Tom bedanken Tom? Du bist schuld Wenn du mich jetzt erschießt Das war natürlich jetzt göttlich Du bist schuld, ich muss dich ja schießen Genau Hä? Der schießt auf mich Ja, warte Hä? Leute Der Schießt einfach nur sinnlos in der Gegend rum Hä? Wo bin ich denn jetzt? Genau Ja, die Tür ist jetzt jetzt offen Hasey, wo bist du? 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 Ich bin bei irgendwelchen komischen Büroräumen Ja Bei der Toilette bin ich Hasey Bei den Spiegel? Nein Ah, ich hab Hasey gefunden Hi Lass Hasey doch mal durch Ja, Hasey Achso Jetzt hab ich die Werbung wieder im Kopf Lass mich doch mal raus Jetzt hab ich die doppelige Werbung wieder im Kopf Welche doppelige Werbung? Ja, wo der komische Lehrer da die Ballons einen Hasey rettet Achso Ja Ist doch cool Ah, das ist das Detective Ding Das kannst du Detective öffnen Wo seid ihr überhaupt alle? Da, wo du dich vorhin mit Creeper eingesperrt hast Achso Wenn du auf die roten Schalter da drückst, kannst du dir die Türen zumachen Ja, das weiß ich Hockst du wieder in deinem dunklen Versteck? Hab ich gesehen Nee, diesmal hockst du nicht in deinem dunklen Versteck Doch Aber in einem anderen Creeper schau mich grad direkt an Das letzte Mal warst du in dem anderen Raum hier gegenüber Ja, ich weiß Aber ich wollte da schauen, wenn Creeper da rauskommt Du sagst, take schon wieder Keine Ahnung Ich bin in einem Raum mit zwei Lüftungsschächten Ahja Und da oben siehst du den 2. Raum Das da oben hinten im Eck ist der 2. Raum Ich seh grad gar nichts, weil ich nicht weiß, wo du bist Ja, immer noch da Hi Da oben siehst du den 2. Raum, da kannst du reingucken Das ist da oben Das ist der 2. Raum, da kannst du schauen, ob einer drin ist Ah ok, na dann Na außer wann er sich hockt wahrscheinlich schätze ich mal So, ich versteck mich jetzt Wer zu mir kommt, ist tot Irgendwer öffnet Türen Ich war das grad Ich bin da gar nicht so weit weg von mir Nein, ich bin in den nächsten Raum gegangen, den ich gefunden hab Was willst du hier? Was machst du? Ich würde da mal nicht rausgehen Ich würde da mal nicht mehr rausgehen Ich würde da mal nicht mehr rausgehen Wow Ich hab doch gesagt, ich würde da nicht mehr rausgehen Jetzt muss ich aufpassen, wo ich hinlaufe Ja Die ist eingesperrt Ja, das brennt hier drin nämlich auch Achso, dann hab ich da etwas zu kurz geschmissen Ja War so nicht geplant Der Raum ist relativ klein, deswegen ist es immer ein bisschen schwierig Ich weiß nicht, wie groß der Raum ist Okay Das Spiel hat einen Bug Wieso? Also, die Karte Die Decke wird braun, rot oder gelb Je nachdem, wo ich mich grad hinstelle in dem Raum Ah, Hamburger Am nam 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 Gefrühstückt Nein, creeper, da kommt nicht zu mir Ähm, ok Was ist los? Wir haben 200 mehr Leben, wir haben jetzt 300 Leben Der Toyota hat previous benutzt Oha Ich hab jetzt einen Hotdog mitgebracht, und ein Kid und mein haas ist nicht mit hinter dir genau hinter dir ist das war die sekunden also wenn das was machen würde ja mein raum warum kommt unser raum kittin wer sonst ja ich hab den renovat ausprobiert das problem ist irgendwie hat es nicht so ganz funktioniert nix ist hab nur leben wir haben nur alle leben bekommen und ich gebe dir meine tools die ich nicht einmal benutzt habe das war jetzt kacke weil ich wollte den random ausprobieren und was passiert wir kriegen alle neue mehr leben toll ja ab und zu bringt auch einfach mal einen um ja ich weiß aber ich finde den random ort lustig wie gesagt es ist ein random zufälliger effekt ja ja ich hab du hallo take ich auch wie immer ich habe meine du hallo creeper moment ich muss wieder anziehen ich mag dieses spiel nicht mehr ich komme nicht weiß ich wie es wehtut aber nicht wie es aussieht ja aber ich weiß nicht wo ich also auch das ganze meiner nähe ja bei mir ist auch ziemlich nah in der küche hier hier rechts in dem gang wo man sich einsperren kann ja hat der kammer dass mich schon weg ja einen hab ich schon erschossen in der waffenkammer drin genau da au äh creeper ist tot okay kid ich schau mich an ja natürlich schau ich dich an den einzigen den ich in der nähe der mannhex sehe bist du ja weil er sich versteckt hat wer schießt take schießt lass die mannhex mannhex sein nein ich will die dinger weg haben ich kann nicht schießen warum nicht ich kann also vehi non m m n Ich hasse diesen Zug Ich glaube, ich hatte keine Muni mehr Das würde erklären, warum ich nicht mehr schießen konnte Ich hasse dich nur Umfallen gesehen, Ginger Ja, nicht Ginger Ja Nicht die Ginger Genau Ich mag das Spiel Trotzdem nicht mehr Scorpy, weißt du, wo ich gespawnt bin? In deinem Versteck gerade Oh, da oben Ja, oben in keinem Raum direkt Bin ich gespawnt Ja Hattest du jetzt einen, sagst mir Radar, oder was? Ich ja Aber die Granate habe ich gesehen, die du rausgeworfen hast Ja, ich wollte eigentlich, das bringt es auch die Granate geschmissen Und was passiert, die fallen runter, ja? Toll Ja, ne, also Die Granate hatte ich wirklich verraten Ich hätte das Radar gar nicht gebraucht Äh, take slided Und du hast auch gerade slided Nicht mehr, ich bin schwarzsprung Nein, ich will weg davon Innozent Ich soll den Creeper nach unten gehen Bei mir hängt Spiel Was ist jetzt passiert? Äh, Liesholt Irgendjahr hat den random abgenutzt Kein Fallschaden mehr Einen Sprung müsste ich doch überleben Okay, gar kein Sprungschaden mehr Gar kein Sprungschaden mehr Okay, cool Nein, dann will ich weg Dann wäre Blue Bull ziemlich geil Aber das hätte ich Jetzt, ja Hm Bin weg Bin weg Ich hab mich versteckt Oh, die Zombies gehen dann echt auf den Sack Bäh Wie liegt denn deine Bronkronate Ich nicht Ich auch nicht Warum gehen einem die Zombies auf den Sack? Wenn man die die ganze Zeit hört Achso Geh weg Wo bist du? Was? Wie? Geh weg Hä? Hi Kitty 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 Skorpiko Okay Entweder Kitty oder Skorpi Du bist du? Ich geh glaube ich benefic Ich bin in der combien Du bist dann in der Minute Du bist dann in der記得 Du bist denn hier thinking Was ist das? Was ist das? Er ist oben! Wie bist du? Hä? Sie hat... Delicate dieses Traitor und sie hat ein Ding wahrscheinlich. Ach so! Ich wollte wieder sein als Traitor! Okay. Und ich habe vorher gesehen, wo du bist. Das war mein Vorteil. Als ich tot war, habe ich gesehen, dass du da oben bist. Deswegen bin ich gleich hochgelaufen. Ja, ich habe ja den Aufgang freigemacht, dass er da reingeht. Ja, das kam mir schon so verdächtig vor. Ich habe dir den Aufgang gefreit. Ich wollte dich eigentlich in den Twitter-Raum reinlotzen. Hat auch funktioniert. So dass du nicht mehr mitspielen kannst. Hat doch funktioniert. Der Prima war etwas nervig. Ach, wieso war ich nervig wieder? Ja, mit dir habe ich nicht gerechnet. Sag mal, warst du da? Ja. Ja, äh... Ach, das war eigentlich nicht so krass. Ich war unterwegs und habe mir gedacht, okay, ich gehe mal ein bisschen spazieren. Und dann habe ich dich gesehen mit dem Bumerang, bin ich ein bisschen hinterher gelaufen. Und dann habe ich mir gedacht, Scheiß drauf, schieß dir mal. Ich glaube, Kitty dürfte das gesehen haben, oder? Nee. Boah, Kitty beobachtet mich nicht, wenn sie tot ist. Sie wacht nicht über mich. Naja, jetzt mache ich das Spiel wieder. Ich mag es momentan gar nicht. Achso, ich muss jetzt gehen wir dahinter. Warte mal. Wieso, hat doch alles gut funktioniert. Ja, für dich. Bro. Achso, ja, äh, Inno. Inno. Warum schießt? Ja, ich war verwirrt. Wir haben da jetzt geschossen. Ich, ich habe heute einen Schachter freischießen. Tommy. Hä? Das geht doch gar nicht. Der Zug, der Zug, der Zug. Ja, aber wie? Wie geht das jetzt bitte? Wie geht das jetzt bitte? Genau in die Richtung. Weiter, weiter, weiter. Vorsicht, Brand. Ich habe aufholen. Überraschung. bis hier. Wir waren auf dem Weg zu spätten Ich habe ein Neuge gehabt. Aber das ist das alles. Es ist schnauert. Schnauert. Oh, das ist ja... Ich habe nach dem Weg genommen. Scheiße. Ich hab dich um die Ecke gesehen. Ich hab dir... Ich hab den Zug auf dich geschossen. Wie konntest du da überleben? Ich hab ihn nur gesehen, dass er rechts an mir vorbei geht. Ich hab genau auf dich geschossen. Der ist auch in meinem Bild genau durch dich gefahren. Ich kann später in meine Aufnahme gucken. Weil das irritiert mich jetzt. Weil die anderen beiden hab ich ja noch niedergemacht. Ich mag das Spiel nicht mehr. Ich bin noch... Ich bin jetzt... In dieser Runde bin ich jetzt nicht einmal Traitor gewesen. Ich war in der letzten Runde nicht einmal. Du weißt gar nicht, was du willst. Mimimid nicht so. Du bist nicht das dritte Mal Traitor. Ja, ich bin öfter Traitor, als ich sein will. Irgendwas stimmt da nicht so ganz, ja. Ah. Ich bin noch... So... Inno... Und Tag ist weg. Inno... Ich muss wieder mein Skin wechseln. Vorsichtig, brauchen wir nicht. Ich komm ja nicht durch. Erst reicht's mir, jetzt versteck... Jetzt werde ich mich... Irgendwohin verziehen. Nein, nicht hier. Lass sehen. Hi Tag. Hallo Kitty. Hallo Kitty. HeIZO AP. Hä, wieso geht das ja nicht? wo willst du rein das schacht lüftung schacht wenn es bilder schrotze drauf schießt müssen sie sich noch mal auf ja offen ist es aber ich komme nicht rein wo bist du ja da gibt es auch teilweise probleme habe ich auch schon festgestellt hier ist eine unlüftung schacht wenn du hier die eine treppe runterkommt was für eine treppe eine treppe bei den räumen wo du einsperren kannst also wo diese gänge wo du zu machen kannst ich gleich tot sein sollte was da komme ich nicht rein merkt es okay tatsache warum wurde geschossen lüfter schacht also ich war es nicht ja ich versuche irgendwie einen weg zu finden und wenn hier ein gang lang geht dann gucke ich das mal rein da würde ich nicht weiß bleiben oder stuhl genau da ist eine traiter falle bist du erzähl weggelaufen merke ich schon ich habe angst vor euch nicht dass du traiter bist kennt ihr eigentlich den raum wo in dessen katzen käfig und das von alien drin ja wir haben jetzt wir können nur noch die wir haben die jutsch und mit unendlich munition ja aber die die handfeuerwaffe verbraucht trotzdem munition toll mit der jutsch rumspielen oder was stimmt tatsache ich kann nicht mehr wegwerfen okay und wer war so blöd den random art zu benutzen damit das passiert keine ahnung hallo take geh weg da hinten läuft skopiko da läuft schon länger jetzt spazieren halt und gehst dich wieder kacken weil ich mal kacken muss und dann ja ich bin duschen ich bin duschen ist aber eine dusche und kein scheiß aus da sind Toiletten drauf ne auf der anderen Seite andere tue ist zu ist ach da ja andere seite ist dusche echt da ist dusche ok ey skopiko ist es hab ich mir doch fast gedacht jawoll ey der random art ist doof jawoll zweimal nur scheiße passiert ja ich hatte euch heute ihr hattet spaß bei einer folge ttt bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss